Mit einer Mischung aus Systemhäusern und E-Commerce-Hubs gestaltet Bechtle die Zukunft als eine der führenden IT-Dienstleister in Europa. Bechtle bietet seinen Kunden umfassende IT-Lösungen, Dienstleistungen, Hardware- und Softwareprodukte, ein robustes Netzwerk von ExpertInnen, Support und viel Erfahrung aus unzähligen Projekten. Die Bechtle Network & Security Solutions GmbH ist dafür bekannt, Unternehmen durch IT-Lösungen zu stärken. Das Unternehmen wollte seine Prozesse digitalisieren und die Kundenbindung steigern. Diese Ausrichtung war aufgrund vieler manueller, zeitaufwendiger Prozesse für das Geschäft mit wiederkehrenden Einnahmen eine Herausforderung. Vor der Einführung von Cisco Lifecycle Advantage investierte die Bechtle Network & Security Solutions GmbH viel Zeit und viele Ressourcen in die Validierung von Verträgen. In der Datenflut gingen jedoch immer wieder potenzielle Verlängerungen sowie Informationen zum Fortschritt der Kunden in deren Produktlebenszyklus verloren. Mit Cisco Lifecycle Advantage, einem digitalen Engagement-Programm für Partner, hat Bechtle Network & Security Solutions GmbH die perfekte Lösung gefunden, um Kunden- und Business-Mehrwerte zu generieren, Verlängerungen zu automatisieren und Wachstum zu entwickeln. Dank der Einbindung von Customer Success in das Cisco Lifecycle Advantage-Programm bietet dessen Einführung den Kunden die Möglichkeit, den vollen Wert ihrer Cisco-Lösungen auszuschöpfen. Durch digitale Engagements optimieren Kunden ihre Technologien, um den Business-Impact zu maximieren. Mit Lifecycle Advantage Success-Programm Insights hat Bechtle Network & Security Solutions GmbH mehr Transparenz und Zugang zu wertvollen Informationen. Dazu gehören Telemetrie und Einblicke in den Status der implementierten Lösungen beim Kunden, Benachrichtigungen über Barrieren, die den Kunden daran hindern, seine Lösung optimal zu nutzen, Health-Score-Messungen, klare Handlungsempfehlungen, der Lifecycle-Status und vieles mehr. Das engagierte Lifecycle-Management-Team bei Bechtle Network & Security Solutions GmbH hat jetzt, dank Success-Programm Insights Einblick in die Kundenlandschaft und so Zugang zu aufschlussreichen Daten, mit deren Hilfe das Unternehmen Kunden helfen kann, IT-Investitionen strategischer über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu planen und Loyalität und Kundenbindung zu fördern. Bechtle Network & Security Solutions GmbH informiert seine Kunden auch über automatische Verlängerungsbenachrichtigungen betreffend ihrer bevorstehenden und auslaufenden Verträge, um Sicherheit, Konformität und Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Durch die Automatisierung des Verlängerungsprozesses sparte das Unternehmen dem Vertriebsteam Zeit, die nun in die Schaffung neuer Verkaufschancen, die Skalierung des Kundenerfolgs und Wachstum investiert werden kann. Um herauszufinden, wie Sie vom Cisco Lifecycle Advantage Programm profitieren können, kontaktieren Sie uns noch heute.